Da sind nur zwei Sachen wichtig. Das erste ist, du musst dich wahnsinnig scharf fühlen. Okay? Und das zweite, du musst deine Hüften unabhängig vom Kopf bewegen können. Das probieren wir mal aus. Geht's euch noch nicht hin, tippt hech. Und geht's mit den Händen ganz langsam runter und fühlt euch noch wie total scharf, dass ihr seid. Weiter. Weiter. Und bin ich fertig. Aaaaaah. Ihr dürft ruhig Geräusche dazu machen. Noch mal aufzugehen. Geht's mit den Händen aber und fühlt euch ganz langsam, ob ich total sechs in das Herz. Aaaaaah. Wird ich eh. Weiter. Weißbier-Spoiler. Aaaaaah. Okay, fühlt euch scharf. Perfekt. Und das zweite, was ich gesagt habe, ist, dass deine Hüfte in den Schwingen bringt. Das ist ganz leicht. Du gehst einfach acht Schritte nach vorne, acht Schritte nach zurück mit einer riesengroßen Menschenmenge. Das können wir hier. Alle mal blicken in diese Richtung. Und wir gehen acht Schritte vier in. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieh, 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 sie